Musik Im Auftrag des Hochbauamts Grabünde haben wir im Zusammenhang mit dem Erwittlungsbau des Bündner Kunstmuseum um Rissprotokolle und Beweisungsaufnahmen der umliegenden Liegenschaften zu machen. Unter anderem haben wir einen Multicopter eingesetzt, damit wir auch Fotos und Rissprotokolle in hoher Höhe an den Fassaden der Gebäude machen konnten. Der Multicopter hat 200 Fotos aufgenommen, die sehr hochauflösend sind. Durch das können wir die Risse jederzeit anschauen und sind somit dokumentiert. Musik 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 Musik